Mit einer Neuheit hier aus dem Katalog, liebe Zuschauer, machen wir jetzt weiter bei uns im Programm. Und Sie sehen schon, wir stehen hier umgeben von einer unglaublichen Flut an Solarzellen. Und genau das ist natürlich ein doch sehr präsentes Thema, vielleicht auch für Sie zu Hause, diese gestiegenen Strompreise. Und jeder versucht natürlich, ein wenig Strom einzusparen zu Hause und die Maßnahmen sind ja nur wirklich mannigfaltig, die man da angeboten bekommt. Aber noch viel interessanter ist es vielleicht auch für Sie zu Hause, seinen eigenen Strom zu produzieren. Und was liegt da näher, als eine vernünftige und vor allen Dingen richtig große Solaranlage zu installieren, wenn man den Platz dafür hat und damit natürlich vom ersten Moment an bares Geld zu sparen. Und ich glaube, das ist momentan für jeden ausgesprochen interessant. Wir haben eine große und wir haben eine sehr große Solaranlage für Sie zu Hause in Kombination mit unserem sogenannten Solar-Hybrid-Inverter, der das Ganze in das entsprechende Netz bei Ihnen zu Hause einspeist. Und genau das werden wir uns jetzt mal ansehen. Eine unglaublich beliebte Thematik in diesen Tagen, seinen eigenen Strom zu produzieren. Ja klar, jeder will eine Solaranlage, weil du damit deinen Strom umsonst erzeugst von der Sonne. Das ist Energie, die den ganzen Tag vom Himmel fällt. Die können wir mit unseren Solaranlagen ernten. Und Sie sehen das vielleicht bei sich in der Nachbarschaft. Immer mehr Leute wollen diese Solaranlagen aufbauen oder haben sie bereits aufgebaut. Alle wollen sie, wir haben sie. Es ist unglaublich schwierig, die im Moment überhaupt zu bekommen, wenn man eine Solaranlage heute haben will. Freunde von mir müssen tatsächlich bis September nächsten Jahres warten. Tatsache hier. Wir haben sechs Solarmodule und den Hybrid-Inverter hier, den erkläre ich gleich noch unserem Energie-Manager, verfügbar. Ablager, die können Sie jetzt bestellen und kriegen damit eine respektable Solaranlage. Die Solarzellen sind jeder so ein Meter mal ein Meter 80. Davon bekommen Sie sechs Stück plus den Hybrid-Inverter. Also alles, was man braucht, um das schon mal vorzuinstallieren. Und von diesem Hybrid-Inverter kommt dann der Strom in Ihr Hausnetz. Und damit haben Sie den Strom der Zukunft absolut klimaneutral und CO2-fall. Guckt mal hier, dieses riesengroße Solarzelle bekommen Sie sechsmal plus den Hybrid-Inverter. Die Solarzellen sammeln den Strom ein, die ernten den im Prinzip, sage ich immer. Aber das geht hier in den Hybrid-Inverter auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite geht es dann in Ihren Hausstrom. Verraten wir doch mal ganz kurz, Ingo, warum heißt das gute Stück Solar-Hybrid-Inverter? Ich kenne einen, ein Hybrid-Auto. Ja. Benziner und Elektro ist eine Kombination. Was aber macht Ihnen hier zu einem Hybriden? Ja, Hybrid bedeutet also mehrere verschiedene Quellen hier in diesem Fall. Das heißt, wir können in diesen Hybrid-Inverter einmal natürlich unsere Solarzellen einbauen, die richtig fett 2280 Watt Ihnen liefern. Dann kannst du da zusätzlich noch, und die stellen wir Ihnen auch gleich noch vor, Energiespeicher anschließen. Das heißt, in der Zeit, wo der Strom, den du hier erzeugst, nicht benutzt wird, geht der dann in diese Energiespeicher. Und dann hast du eben nachts, wenn die Sonne nicht scheint, da kommt natürlich kein Strom von den Solarzellen, hast du diesen Strom dann zur Verfügung. Ich muss also nichts in irgendein öffentliches Netzwerk einspeisen oder sowas. Ich habe den Strom, den ich quasi nicht nutze, den ich im Überfluss habe. Den willst du ja selber benutzen. Den möchte ich gerne selber benutzen. Ganz genau. Ich habe nur meine Solarzellen generiert und den kann ich jetzt speichern. Das heißt, wenn dann abends mal die Sonne untergegangen ist, gerade jetzt auch im Winter, sicherlich interessant, nutzt mein sogenannter Hybrid-Inverter ganz einfach den Strom aus einem eventuellen Speicher, den wir gleich auch noch optional mit anbieten wollen. Ganz genau. Damit aber nicht genug. Wir können dann auch noch unseren Hausstrom anschließen. Das heißt, wenn alles leer ist, habe ich immer noch meinen Hausstrom und ich kann sogar zusätzlich noch ein Notstromaggregat anschließen. Das heißt, wenn diese drei Energiequellen, Solarpanel, Energiespeicher und Hausstrom von meinem Energieversorger nicht da sein sollten, im Falle eines Stromausfalls, kann ich sogar noch ein Notstromaggregat anschließen. Der managt das alles. Das ist der Hybrid-Inverter. Ich nenne ihn gerne auch Manager, weil der priorisiert das und entscheidet dann eben, was wir gerade nehmen zu Ihrem Vorteil. Also das Maximum an Energie hier, sechs Solarpanel, 2280 Watt gehen hier rein und Sie erzeugen damit Ihren eigenen Strom. Ich finde das absolut begeisternd, dass wir das verfügbar haben. Das klingt wie ein Rundum-Sorglos-Paket. Ist es auch. Natürlich ist es so, dass das über Tag dann eben normales Tageslicht ja in der Regel schon ausreicht. Besser natürlich direkte Sonneneinstrahlung. Wenn man seine eigene Solarenergie quasi ernten möchte, dafür braucht man die Solarpanel und die momentan zu bekommen, ist wirklich ein kleines Abenteuer. Und um das Ganze zu verwalten, zu managen, von welcher Seite der Strom auch immer kommen mag, brauchen Sie diesen Solar-Hybrid-Inverter. Haben wir ab Lager lieferbar, liebe Zuschauer. Und das ist fantastisch. Für 2659,99 Euro bekommen Sie sechs Solarpanels, natürlich im Lieferumfang bereits enthalten, plus den Solar-Hybrid-Inverter. Dann rechtlich sind wir verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass der Einbau oder der Anschluss an das Stromnetz bei Ihnen zu Hause von einer Fachkraft zu erfolgen hat. Aber ich denke, da werden Sie vielleicht auch im Bekannten- oder Freundeskreis die ein oder andere Hilfe finden. Alles andere kann man weitestgehend auch alleine erledigen. Das Schöne ist, dass wir natürlich auch noch eine ganz große Anlage haben. Wir haben hier eine kleine, eine große. Wir haben eine große und eine sehr große Anlage. Und auf die kommen wir jetzt mal zu sprechen. Und es wird Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen sein, so sind natürlich auch sechs Solarpanels hier auch bei der großen Anlage mit dabei. Aber Diana und ich haben uns hier bewusst mal vor, ich sage mal, die Hälfte der Solarpanels hingestellt, damit Sie mal ein kleines Gespür dafür bekommen, wie groß der Umfang, der Lieferumfang eigentlich ist. Umso erstaunlicher finde ich das Preisniveau von etwas über 4.000 Euro. Das ist Spitzenklasse. Ich kenne vergleichbare Anlagen, die liegen bei 7.000, 8.000 Euro. Also wenn nicht sogar noch mehr. Und sind erst irgendwann in einem halben, dreiviertel Jahr, ist wieder lieferbar. Strecken wir uns mal ein bisschen aus. Schauen Sie sich das mal an. Und das sind nur drei von sechs Solarpanels. Ingo steht vor den weiteren dreien, die dabei sind. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein Solarpark, ein Solarwald, ein Solarpanelwald kann man schon sagen. Hier haben wir eine Fläche von 15,5 Quadratmetern. Da kommt natürlich richtig Energie raus. Wir haben hier sogar 3.300 Watt, was kombiniert hier aus diesen Solarzellen erzeugt werden kann. Und hier in diesem Paket, was wir Ihnen anbieten, bekommen Sie alle sechs Solarmodule, den Hybridinverter, ich sage den Energiemanager, ab Lagerlieferbar vor Ihre Haustür. Versand kostenfrei. Und das ab jetzt. Und das ist der Hammer hier mit der großen Solaranlage. Ab Lagerlieferbar bis zu 3.300 Watt Energieausbeute. Das ist fast ein kompletter Stromkreis bei Ihnen zu Hause. Und wahrscheinlich die beste Möglichkeit, richtig gutes Geld zu sparen. Aktuell ab Lagerlieferbar, bitte Achtung, wir sind auf den letzten Stückzahlen, speziell bei der ganz großen Anlage mit der ZX72, 63 und die 569. Aber auch den Speicher haben wir Ihnen versprochen. Da haben wir zwei verschiedene Modelle zum Speichern. Es muss nicht bei einem bleiben. Man kann die auch gerne in Serie oder parallel schalten. Du kannst die parallel schalten, ganz genau. Je nachdem, wie viel Strom Sie speichern wollen, haben wir hier einmal einen Akku mit tatsächlich 640 Wattstunden. Gleich kommt noch der doppelt so große mit 1280 Wattstunden. Ich will mal ein bisschen was über die Technik sagen. Wir haben hier nämlich Smart Lithium Akkus drin. Die neueste Akkutechnologie. Das heißt, wir können die komplett nutzen. Die haben eine sehr geringe Selbstentladung. Du kennst das vom Handy und so weiter. Wenn du das einen Tag nicht benutzt, musst du es trotzdem laden. Und vor allem klein und kompakt und eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Darauf kommt es ja an. Ich will ja nicht jedes Jahr einen neuen Akku kaufen, wie du es jetzt beim Handy oder beim Laptop machen müsstest. Die haben eine extrem lange Lebensdauer und die Selbstentladung ist sehr niedrig. Das ist die ideale Kombination. Egal zu welcher Solaranlage Sie sich jetzt entscheiden, ob Sie die große oder die sehr große nehmen. Dieses Speicher kann ich wärmstens empfehlen. Die werden automatisch gemanagt hier von unserem Manager, sage ich immer, unserem Solarhybrid-Inverter. Ernten Sie mit Ihrer Solaranlage, mit Ihrem Solarpark ganz einfach Ihre eigene Energie für zu Hause. Und das, was Sie nicht verbrauchen, speichern Sie ganz einfach. Denn irgendwann wird es natürlich auch mal dunkel. Dann können die Solarzellen keine Energie mehr liefern. Aber Ihr Solarhybrid-Inverter versorgt Sie trotzdem über den Speicher, den Sie hier gerade noch mal in der ganz großen Variante sehen, weiterhin mit Strom. Das ist sinnvoll, das ist clever und das bedeutet für Sie, bares Geld zu sparen. Nicht nur über diese Wintermonate, die jetzt vor uns liegen, sondern natürlich auch in den nächsten Jahren. Denn die Langlebigkeit ist wirklich sensationell. Haben wir mit den 640 Wattstunden für 313,49 Euro Bestellnummer ist die ZX 3245 und die 569. Oder direkt der große mit 1280 Wattstunden, das wäre die ZX 3246 und die 569. Der Preis keine 480 Euro. Nochmal, Sie können gerne speziell die Speicher in Serie oder gerne auch parallel schalten, wenn Sie noch mehr Energie speichern möchten, die Sie dann später in den Abend- oder in den Nachtstunden gerne verbrauchen. Das war sehr beeindruckend. Beide Anlagen sind wirklich faszinierend und es ist Ihre eigene Solaranlage, die schon bald bei Ihnen sein kann. Wir liefern ab Lager und wünschen ganz viel Freude damit.